Weiter hier, die vier Herren machen sich jetzt warm. Die Partie lautet Italien gegen die Schweiz. Und solange sich die Jungs warm machen, haben wir noch einmal zwei Tickets zu verlosen. Zwei Tickets nämlich für die Beachvolleyball-Europameisterschaft in Biel vom 1. bis 5. Juni. Wir spielen den Ball wieder auf die Tribüne, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik aus ist, dann bekommt der oder diejenige den Ball, die den Ball in den Händen haben. Zwei Tickets für die Europameisterschaft in Biel. Und weiter spielen. Vielen Dank! Vielen Dank.